sagen, dass sie Angst vor chinesischer Propaganda von TikTok haben, weil Kinder das sehen könnten. Bro, ich weiß nicht, was wir alles in unserem Alter gesehen haben, gell? Das ist so geisteskrank. Das ist schon Luxus, was diese Plattformen wegfiltern, was damals einfach so im Umlauf war, wirklich. Ich check schon, ja. Also legit, man wird immer so drüber redet, aber ich hab bestimmt, ich hab irgendwie mit zwölf schon den most weird shit gesehen. Was halt auch nicht geil ist. Ja, aber glaubst du hat sich fürs Leben geschädigt? Nee, außer das eine Video, wo ich angetroffen hab, dieses hier, Two Girls, One Cup Ding, das fand ich... Hä? Hey, Heiko, was sagst du da, Faisal? Nein, Heiko, das ist un-mute. Wow, what the hell? Perfect timing. Es tut mir leid, Heiko, ich dachte, du bist noch mute. Vor allem davor haben wir die ganze Zeit so gesagt, wir können das doch schnell sagen, weil Heiko noch mute ist. Und dann haben wir irgendwann vergessen, dass du dich jederzeit anwenden könntest, wenn wir auch die ganze Zeit weitergerätet sind. Digga, was ich gerade alles gesagt habe, Heiko, wenn du unmute wirst, ah, ja, 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 ja. Ich weiß, warte, ganz gut, ich weiß noch genau, wie die aussehen, die beiden. Ich hab das einmal gesehen für drei Minuten und ich weiß ganz genau, wie die noch aussehen. Eine war brünett, eine blond. Heiko, sag dir, ähm, rotten.com was? Ich hab das.